Deswegen darf man auch da sehr, sehr stolz weiterhin auf diese Mannschaft sein, auch wenn am Ende des Tages halt jetzt nichts Zählbares bei rausgesprungen ist. Und ein Moinzen zum Nachbericht zum knappen 2 zu 3 gestern gegen Borussia Dortmund. Gehen wir die Highlights durch, waren diesmal 5 Tore an der Zahl, 1 zu 0, Sascha Karlajcic 17. Minute, dann der Doppelschlag nach der Halbzeit, 1 zu 1 Shoot Bellingham in der 47. 5 Minuten später, 52. Minute, 1 zu 2 Marco Reus. Das 2 zu 2 fällt in der 78. Minute durch Daniel Di Davi und auch wieder schnell hinterher, 2 Minuten später, 80. Minute, der Endstand 3 zu 2 durch Ansgar Knauf. Wir kommen zur Spielanalyse, natürlich vorab, es waren wieder 10 von 11, es wäre eigentlich ein 11 von 11 Startelf-Tipp gewesen, aber der Castro-Ausfall kam halt unerwartet noch vor Spielbeginn, für ihn kam dann ja Karasor rein. Damit auch, heißt auch vor dem Spiel, 4 Stammspieler sind ausgefallen. Wir haben González, wir haben Silas und Mangala und dann eben Castro, gut, der hat vielleicht nicht immer Stamm gespielt, aber ist auch unser Kapitän, ich zähle ihn da voll dazu. BVB von Beginn an mit mehr vom Spiel war ja klar, die mussten ein bisschen mehr Druck machen, die haben den Druck auf ihrer Seite gehabt, aber jetzt auch nichts wirklich krass Klares, weil wir vor allem eine sehr, sehr ordentliche Abwehrleistung hatten, eine sehr, sehr starke Defensivarbeit über das komplette Spiel hinaus, dann fällt unser 1 zu 0. Auch wir hatten keine große Chance davor, aber der Move, Sosa auf Sascha Kalajdzic klappt halt immer, immer und immer wieder. Wir haben quasi eine Kopie erzielt vom 3 zu 0 gegen Schalke 04, das Heimspiel damals. Kalajdzic leitet da sein Tor tatsächlich selber ein. Er nimmt sich den Ball sehr, sehr stark da unten, verteilt noch einen schönen Tunnel und dann findet der Ball wie immer seinen Weg nach links zu Sosa, der bringt die Flanke. Es ist quasi auch, das ist so eine Mondflanke, es ist so ein Bogenlampenball, aber hinten Kalajdzic hat eben die Größe, steht gefühlt nur da und wieder auch. Das war ein Bogenlampenkopfball. Meine Reaktion im Stream, sehr gerne die Stream-Highlights abchecken, war auch ein bisschen verzögert, weil ich dachte, das Ding senkt sich daneben, senkt sich drüber. Ne, es senkt sich eben genau hinten rein, ohne Chance für Hits. Das ist wirklich in dem Stile, diese Art von Kopfball vor allem auch, das geht für mich schon fast in Richtung Weltklasse, was da Kalajdzic macht. Dortmund weiter recht, ja, energisch unterwegs, Abschlüsse von Reus und Dahoud, aber alle, ja, die Aktion nach vorne war was da, aber halt alles so ein bisschen, naja, beim BVB, wir hatten auch noch eine gute Umschaltsituation. Leider sehr unsauberes Abspiel da von Klimovic, sonst wäre da vielleicht mehr gegangen. Und dann gehst du eben mit einem 1 zu 0 in die Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit zündet halt wieder genau der gleiche Reifeprozess wie in München auf. Du kommst nicht wirklich wach, oder zumindest wirkte es nicht so, nicht wirklich wach aus der Pause raus, Dortmund komplett energisch. Und dann gibst du halt dem BVB in zwei Situationen innerhalb von fünf Minuten zu viel Platz, mehr Platz, wie sie jemals in der ersten Halbzeit hatten, was Defensivarbeit angeht. Und dann, ne, logisch, die spielen jetzt gut raus, das darf man auch nicht vergessen, aber dann Bellingham und Reus haben halt sehr, sehr einfaches Spiel. Gutes Zeichen da war dann aber, du bist eben nicht komplett eingekickt. Du hast hier nicht nur das dritte Gefangenen, nicht nur das vierte Gefangenen übertrieben gesagt. Du hast dich wieder recht schnell berappelt. Das ist schon ein Ticken Fortschritt da in der Sorte von Reifeprozess, wie ich es gerne nenne, im Vergleich zum Spiel gegen München. Ja, dazwischen, zwischen den beiden Toren fängt sich Kempf noch. Die fünftige Elbe-Karte fehlt damit nächste Woche bei Union Berlin am Samstag. Haaland mit einer Chance in der 65. auch deutlich drüber geschossen. Und der war halt wirklich über das komplette Spiel. Deswegen nochmal Lob an die Abwehr da. Der war quasi abgemeldet da hinten. Das war sehr, 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 sehr stark. Er hatte seine gute Vorlage zum 1 zu 2, aber sonst war er wirklich quasi abgemeldet. Und zwei Minuten später muss dann halt das 2 zu 2 fallen. Da kannst du keinen mehr groß in Schutz nehmen. Oder halt in dem Beispiel Koulibaly nicht mehr groß in Schutz nehmen. Fehlpass dort und die Davi mit einem starken Ball. Und dann kommt Koulibaly halt fünf Meter frei vom Tor. Eigentlich frei zum Abschluss, trifft den Ball nicht, lässt ihn über einen Schlappen rutschen. Und das 2 zu 2 fällt eben nicht. Ja, auch so ein bisschen sinnbildlich für einen eher unglücklicheren Auftritt oder unglücklichere Auftritte aktuell von Koulibaly. Auch der Ball in der ersten Halbzeit, der eben nicht gut kam, hatte ich ja angesprochen, im Umschaltspiel, war auch so ein bisschen sinnbildlich, so ein bisschen ähnlich auch bei Klimovic. Seitwärtszieherversuch von die Davi war noch 20 Minuten vor Schluss. Der war wirklich, wirklich gut nach seiner Einwechslung. Und dann fällt eben tatsächlich noch das 2 zu 2. Du hast dir das 2 zu 2 erarbeitet und es fällt in der 78. Minute. Erarbeitet in dem Sinne, dass du eben zurückgekommen bist. Du hast dich wieder reingearbeitet nach dieser schlechten Phase oder nach diesem kurzen Hallo-Wach-Effekt nach der Halbzeit. Grund für das Tor war fast auf jeden Fall der grausame Ball von Mourey in die Füße von Kalajic. Der spielt einen schönen Huch auf Koulibaly und dann bist du tatsächlich in einer 4 zu 1 oder von mir aus 4 zu 2 Situation. Und dann kommt der Ball auch an diesmal von Koulibaly runter auf die Davi. Und der hat dann Zeit, macht das Ding von links, rechts und in die Ecke eingeschoben. Sehr starkes Comeback von der Mannschaft, sehr starke Mentalität und es steht 2 zu 2. Problem dann, selbes Problem nach der Halbzeit oder selbes Problem im ganzen Spiel. Dortmund hatte eben diese Zeitpunkte perfekt genutzt, um halt ihre Tore zu machen, um das Spiel so ein bisschen zu knacken für uns. Zwei Minuten später Knauf mit einem starken Abschluss, muss man sagen. Kann es natürlich auch besser verteidigen. Ich glaube, da stehen drei Leute um ihn rum und dann steht es eben 2 zu 3. Das sind diese zwei, drei Momente, die eben der Klubs wie der BVB ist ja weiterhin ein Top-Klub, auch wenn sie schon mal stärker waren, auch wenn sie bestimmt aktuell schlagbarer sind, als sie es mal waren. Die haben sie eben immer noch so ein bisschen, das haben sie uns immer noch voraus. Da muss man auch ehrlich sein. Am Ende nochmal Tommi mit einer kleinen Chance, Kopfballchance nach der Ecke, aber es hat dann leider nicht mehr sein sollen mit dem 3 zu 3. Am Ende natürlich, ja, schade für uns, ganz klar. Sieg geht aber schon in Ordnung für die Dortmunder, würde ich sagen. Aber die Mannschaft hätte sich halt 100% auch verdient mit einem Unschieden belohnen dürfen für diese Leistung. Das ist natürlich besonders ärgerlich oder für mich immer ein bisschen ärgerlich, wenn du eben geführt hast, in die Halbzeit reingehst mit einer Führung. Dann ist es immer doppelt ärgerlich, wenn du dein Spiel wirklich tatsächlich auch noch verlierst am Ende des Tages. Aber es ist auf jeden Fall Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen Bremen, das muss man auch ganz klar sagen. Und es ist halt weiterhin absolut beeindruckend. Wir nehmen uns auf jeden Fall das Positive daraus, wie mit welchem Hunger, mit welcher Selbstverständlichkeit dieses Team auftritt, mit welcher Mentalität dieser jüngste Kader der Liga halt auch trotzdem ohne vier absolute Stammspieler gegen den BVB auftritt. Das ist weiterhin Champions-League-Viertelfinalist. Das ist ja nicht irgendwer. Deswegen darf man auch da sehr, sehr stolz weiterhin auf diese Mannschaft sein, auch wenn am Ende des Tages halt jetzt nichts Zählbares bei rausgesprungen ist. Kommen wir zur Tabellensituation, wo sich jetzt der BVB dadurch so ein bisschen weiter seine kleinen Mini-Champions-League-Hoffnungen noch behält. Sieben Punkte weiter in Abstand auf die SGE, da eben Frankfurt gestern auch das Topspiel gegen Wolfsburg für sich entscheiden konnte in einem wilden Spiel. Wir sind auf Platz neun, verlieren auch, das war das Gute, war vor dem Spiel klar, nur einen Punkt auf diese Conference-League-Konkurrenz. Nennen wir es jetzt einfach mal. Gladbach hat nämlich unschieden gespielt gegen Berlin, Union unschieden in München geholt, auch sehr stark. Und dann Freiburg tatsächlich verloren gegen Bielefeld. Deswegen wäre es natürlich, weil der Rest so ein bisschen gepatzert oder zumindest nicht dreifach gepunktet hat, wäre es natürlich ein Big-Point gewesen. Er hat es ja nicht genutzt, aber du bist weiterhin dran. Und wie gesagt, gegen Dortmund ist für mich weiterhin, ich mag diese Sprüche auch nicht von wegen irgendwie Bonusspielen und so weiter. Aber es tut, ich sage mal so, es tut gegen andere Klubs mehr weh, in solchen Spielen wie gestern nichts mitzunehmen als gegen BVB. Immer noch, rein vom Namen her einfach. Da wird natürlich für uns dann, wenn du eben deine Europa-League, Conference-League, wie auch immer, Ambitionen so ein bisschen bestätigen willst, wie gesagt, das Thema ist schwierig, willst du da rein, willst du nicht da rein. Ich nehme es einfach was, ich nehme einfach das, was kommt in den letzten Tages. Einfach nehmen, wie es kommt. Aber da ist natürlich dann das Auswärtsspiel, was wir nächste Woche haben, bei Union Berlin am Samstag, sehr, sehr wichtig. Wir kommen zum Man-of-the-Match-Voting, natürlich wieder sehr, sehr gerne abstimmen. Wird wieder im Community-Tab die Abstimmung geben. Wenn du anderer Meinung seid, andere Leute sehen wollt oder generell was zum Spiel loswerden wollt, sehr, sehr gerne rein damit in die Kommentare. War ein wildes Spiel, auch für neutralen Zuschauer, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein Top-Spiel, das mal seinen Namen verdient hat, da 18.30 Uhr am Samstagabend. Und aus der starken Abwehrkette da hinten, klar, beim Gegentor sah es ein bisschen blöder aus, ein bisschen geschlafen, auch Mitte nach der Halbzeit zum Beispiel. Aber trotzdem, über die restliche Spielzeit sehr, sehr stark da hinten, auch vor allem den Haaland zusammen quasi praktisch abgemeldet. Und da darf dann, ja, repräsentativ ist fast ein bisschen böse, weil er für mich auch schon der Beste war von da hinten, darf Anton ins Voting rein. Das erste Tor selbst eingeleitet und dann auch selbst gemacht. Das zweite Tor auch stark mit eingeleitet. Karlajcic, auf jeden Fall auch Nummer 2 im Voting. Und Nummer 3 ist für mich Daniel Di Davi sehr, sehr stark gewesen nach der Einwechslung und hat auch da seine Bude gemacht. Und dann dürfte er natürlich sehr, sehr gerne abstimmen. Und dann kommen wir noch abschließend, wie immer, zu den Tweets of the Match. Erster Tweet, quasi auch eine Antwort auf den Tweet. Und das, wann hatten wir das letzte Mal, so einen kompletten Stürmer, kaufballstark, kann Bälle festmachen, verteilen, selbst vorlegen, volle Enden und ist sogar gut im Pressing, hilft hinten mit. Es ist so gut, Alter, eben angesprochen auf das 1 zu 0, das Karlajcic maßgeblich mit selber eingeleitet hat. Sehr, sehr stark gewesen. Dann der zweite Tweet. Es tut mir ja leid, aber ein knapper 3-2-Auswärts-Sieg ist für mich keine Revanche für einen 1 zu 5-Klatsch im eigenen Stadion. Stimme ich 100 Prozent zu. Ich glaube, die meisten Dortmund-Fans auch. Stand aber halt zum Beispiel in ein paar Artikeln drin, wo beim Kicker zum Beispiel sich Dortmund eben seine Revanche holt. Aber waren natürlich ganz, ganz andere Spiele. 1 zu 5 in Dortmund war was ganz anderes als das knappe 3 zu 2 da gestern Abend. Und dann der letzte Tweet, dem man auch nur so 100 Prozent zustimmen kann, wo man fast ein bisschen, ich habe übertrieben gesagt, emotional wird, dass es eben gerade nicht möglich ist. Das ist sehr, sehr schade. Wie gerne würde ich die Mannschaft trotz der Niederlage heute mit großem Applaus in der Kurve empfangen. Das war auch im Hinblick auf die zahlreichen Ausfälle einfach nur brutal stark weiter so, Jungs. Ich brauche gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, die Einstellungen werden die meisten haben nach dem Spiel. Das war, ja, lassen wir einfach mal so stehen, das Ding. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habe heute auch so ein bisschen ein neues Setup ausprobiert. Vielleicht wird es das neue für Nachberichte vorbereitet und so weiter. Oder ich hocke mich da wieder zurück aufs Sofa. Müssen wir mal gucken. Und dann euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.